Jo Freunde, mein Name ist Dolan Bechire, ich bin 15 Jahre alt, ich bin der Kämpfer vom Boligateam Akademie Aachen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Schweiz, wir haben unsere erste Pause gemacht und wir nehmen uns auf jeden Fall mit. Prost! So liebe Freunde, wir befinden uns im Rastplatz, wir tanken uns ein bisschen Energie, machen kurz eine kleine Pause und gleich geht's weiter, Prost! So liebe Freunde, wir sind angekommen, wir gehen jetzt noch was schön essen und dann sehen wir uns morgen. Prost!